Eine im engeren Sinne offene Wundbehandlung ist nur in seltenen Fällen erlaubt, vielfach üblich sind aber noch immer sterile Mühlpflaster. Untertitelung des ZDF, 2020 Hansa Porsche Teril ist ein wasserabweisender Vliesverband mit einem hochsaugfähigen, polsternden Wundpad zur Versorgung postoperativer Wunden. Die imprägnierte Oberfläche vermindert das Durchfeuchten des Verbandes. Die besondere Wirkweise minimiert ein Verkleben mit der Wunde und sorgt für schmerzahme Verbandwechsel. Untertitelung des ZDF, 2020 Verwandelt sich in Gel, sobald es mit Wundflüssigkeit in Kontakt kommt. Verkleb durch Vergele nicht mit dem Wundbett. Verständnis Verband然 Verband levels Verbandestrare Verbandthat Verbande 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 Kein Verkleben und leichter Verbandwechsel. Selbst bei hoher Aufnahme von Wundflüssigkeit. Der Hypoallogene Polyacrylat Kleber sorgt für eine sichere Haftung, selbst an konturierten Körperstellen. Der Verband kann auch von Patienten mit sensibler Haut über längere Zeit getragen werden. Hautfreundlicher Polyacrylat Kleber Wasser abweisend und saugfähig, Atmung aktiv und schmerzfrei. Die Wundabdeckung erfolgt mit einer Wundauflage beispielsweise aus Mull oder mit neueren Verbandsmaterialien und wird mit elastischen Binden fixiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020